Augen auf! Hören zu! Hier sind wir! Rain is Play, ich bin hier mit Fennifer Night. Und ich mit Saffron. Und wir spielen wieder The Last of War. Episode 3, diesmal. Nachdem wir das letzte Mal... ...verbuddelt wurden. Ja, dem alten Pfarrer, keine Ahnung, vergewaltigt und verbuddelt wurden. Aber mir sieht's ja jetzt gleich. Achso stimmt, previously. Muss ich was klicken? Ich glaub, du musst klicken. Nach dem Tod seines alten Freundes geht er... Müssen wir das wirklich zeigen. ...zur alten Schule. Die Leute sehen das. Und wenn sie es nicht... Ach. Ja, wir sind in Sarg. Nein. Nein, nein, wir sind in einer Sauna. In einer Dunkelsauna. Natürlich. Deshalb ist auch dieses Stöhnen. Alles ist kalt. Au! Es wird auch in keiner Sauna. Das ist laut. Machen wir den Fünf-Inch-Punch. Hä? Wir sind nicht verbuddelt worden? Das klang sehr nach verbuddelt werden. Ja, beim letzten Mal klang das echt nach verbuddelt. Okay. Hat uns jemand ausgebuddelt? Sind wir verarscht worden? Skipp das. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Und wir lassen dann die Credits am Ende da. Uh. Eine Erinnerung, als wir noch ein kleines Kind waren. Nebel in einem verschneiten Wald. Die Nostalgie. Halten wir uns den... Ja, weil es so kalt ist und der eisige Wind in unser Gesicht schneidet. Egal in welche Richtung wir gehen. Ja. Das ist magischer Wind, der von allen Richtungen in gleichzeitig kommt. Bist du noch nie im Winter raus gewesen? Der Wind ist einem immer... Ich bin noch nie raus gewesen. Ja, draußen gewesen. Gehst nie aus deinem Haus, ich weiß. Du gehst nie aus meinem Haus. Irgendwie. Ich brauche einen Telefon. Ich muss mal die Kleintiervernichtung hier besorgen. Jeremia, wir müssen sprechen. Deine Mutter ist tot und ich habe deswegen Vorkehrungen getroffen für deine Aufzucht. Ein Mann in meiner Position und meiner Verantwortung kann sich nicht die Zeit nehmen, um nach einem... Um auf einen kleinen Jungen aufzupassen. Das erste Morgen früh, du wirst nach... Du wirst nach Schottland deportiert. Äh, verfrachtet. Verschleust. In Ketten gelegt. Weggeführt. Ich schicke dich nach St. Gall. In die... Boarding School. Internat. In Aberdeen. Damit du dort lernen kannst. Du musst mir keine Briefe schreiben. Weil ich werde sie sowieso nicht lesen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich bin dein Vater und ich hasse dich. Ich bin ein alter Mann. Und habe viele Verantwortung. Deine Mutter ist tot und ich vermisse sie kein Stück. Und du gehst jetzt auch noch gleich weg. Äh, ich bin immer noch im Kalt. Endlich bin ich meine lästige Familie los. Mäh, mäh, mäh. Mäh, mäh. Ja, keine Briefe für uns. Für dich. Ja. Ja. Für David. Okay. Frag nicht weiter. Oh. Hör auf, so lästig zu sein und nach Briefen zu fragen. Mäh, mäh, mäh. Nein. Mäh, mäh, mäh. Mäh, mäh. Mäh, mäh. Es reicht. Mäh, mäh. Au. Das ist wie mit alten Fernsehern. Oh. Ich habe den lateinischen Spruch nachgeguckt. Ja, was war es denn? Ähm, achtet darauf, dass niemand davon, oder seht, dass niemand davon erfährt. Das ist ein leicht abgeendeter Bibelspruch. Also, ich glaube, die Konjugation in dem Spiel stimmt nicht ganz mit dem überein, was in der Bibel steht. Aber seht, dass niemand davon erfährt. Das war es. Okay. Okay. Freue mich, euch kennenzulernen, meine neuen Klassengefährten. Und wer ist das? Diese Schwuchtel, die nur auf dem Fenster starrt? Oh. Das ist David. Beacht ihn einfach nicht. Er ist wirklich eine kleine Schwuchtel und merkwürdig. Verdammt. Wir sollten kein Saufpark gucken, bevor ich das... Das ist viel zu homosexuell. Äh, homo... homo... Homoerotisch. Homophob. Das ist ja homoerotisch in diesem... Wir sind hier in einem katholischen Internatskloster. Klosterinternat. Ja, gut. Das kann ich sehr. Okay. Außerdem sind wir im alten England. Da waren Herrenfreundschaften immer noch sehr homoerotisch. Ja. Oh. Interessant. Interessant, der kleine Homo. Nein, hast du es nicht gelernt aus der Saufpark-Folge? Schwuchtel und Homo ist nicht mehr das Wort für schwule Menschen, sondern einfach für die Menschengruppe, die man gerade am nervigsten findet. Ja. Wie zum Beispiel Harley-Fahrer. Wir könnten auch jetzt mal nicht mehr ständig auf Saufpark anspielen. Wäre ganz toll. Hallo, ich bin Anthony. Anthony Hosenvoll. Das ist meine... Das ist meine erste Semester hier. Ich bin gerade erst angekommen. Weißt du, dass wir ein gruseliges Spiel spielen. Es ist deine Aufgabe, dich zu gruseln. Ich hoffe, wir können Freunde sein. Gute Freunde. Richtig gute Freunde. Freunde plus. Oh ja. Weiter, weiter. Der Wind lässt nicht nach. Oh man. Wir müssen durch diesen Wald. Haben wir es jetzt immer noch nicht bald geschafft. Ich will spielen. Das war dieses Spiel mit den merkwürdigen Hasen. Ah, jetzt geht's los. Was haben wir da? In wessen Blut liege ich da? Das ist ein Teppich. Das ist kein Teppich. Das ist ein Teppich. Das ist Blut. Was passiert? Was ist passiert? Ich hab ein Ticket. Die vier Zeugen. Okay, wie kam das in unsere Tasche? Ja, Theaterstück. Die vier Zeugen. Hm. Ja, du musst nicht die Linse klicken. Die geht automatisch, wenn du was... Ah. Ja, mir läuft's eiskalt den Rücken runter, wenn ich das angucke. Das hätte mein ewiges Grab sein können. Ist doch ein schöner Sarg. Kann man doch nichts dagegen sagen. Kopfweh, ich bin schwach und dürstig. Wenn ich nicht bald was zu trinken kriege, werde ich ohmächtig. Oh Gott, wo bin ich? Im Pornokeller. Oh Gott. Ja, wir sind ziemlich langsam. Ja, wir sind am austrocknen. Ah. Yay. Das Licht von draußen ist das Licht. Leck doch einfach die... Leck ein bisschen Schnee ab. Ja, ich meinte eigentlich die Wand ab. Die müsste auch irgendwie ein Dings haben. Bisschen luftfeuchtig. Das ist da ein Muster in der Wand? Nö, okay. Ich dachte vielleicht, dass irgendwas was mal aufbrechen könnte dann später. Noch mehr Räume, in denen absolut nichts passiert. Doch, doch. Ich bin in der Stadt. Ist das Aberdeen? Wie konnte ich nur entkommen? Mit dem patentierten Five Inch Punch. Ähm. Wir können außerhalb der Mauer nicht sehen, außer dunkle Facetten von Gebäuden. auf der anderen Zeit. In der Entfernung. Ja, in der Entfernung. Ah. Könnten wir auf einen Raum treffen, wo tatsächlich was ist, womit wir uns beschäftigen können? Wasser, damit wir schneller in neue Räume... Ey, guck mal, der... Die Nächsten Kartoffeln der Stadt! Guck mal, da ist ein Mensch. Oder so ähnlich. Junger Mann, könntest du mir verraten, wo ich bin? Nö. Hier, da. Hey, soll ich dir einen Witz erzählen? Wie viel Kartoffeln braucht es, um einen Ihren zu töten? Keine. Genau! Oh mein Gott. Der ist so schlecht. Der ist so schlecht. Wir könnten vielleicht dann doch mal ein bisschen... Bitte, bitte so. Könnten Sie mir etwas Wasser geben? Bitte. Äh. Bin ja nicht die Wohlfahrt! Idiot. Ich verkaufe nur an zahlende Kunden. Also... Hust ein bisschen Geld hoch, oder hau ab! Na gut. Ab... Ab geht's vielleicht hier, da... Da ist so ein... Eine Regenrinne. Eine Regenrinne. Vielleicht können wir uns da unten dranhängen und mal nuckeln. Ja, nö. Dafür haben wir viel zu viel Würde. Wir sind zwar am Verrecken, aber... Oh, und der Wagen blockiert natürlich den Weg. Und wir können hier nicht durch, bis er nicht vorbei ist. Okay. Äh... Weggemacht wurde hier. Entfernt wurde. Ah, ja. Irgendjemand in ver... Zerschlissener Kleidung. Ganz viel Licht. Lauter Penner. Ah, ja. Penner schläft in einer dreckigen Decke. Junge Frauen. Alles dreckig. Könnte ich jetzt vielleicht dann doch mal so ein... Hey. Was wird das denn? Ja, der hat was gesagt. Also. Was hat der gesagt? Wasser für ganz viel Geld. Oh nein. Nein. Bitte, ich brauche Wasser. Verzieh dich, du bist offen. Ah. Horsemeat. Ah, Pferdefleisch. Okay. Aus der Menge sieht mich ein Mann heraus an. Irgendetwas in seinem Aussehen kommt mir merkwürdig vor. Welcher von diesen beiden? Das Fleisch ist frisch. Das Fleisch ist frisch. Nicht die Nutte. Die hat gelb. Gelb ist tatsächlich die Farbe. Ja. Ja. Bitte, Madame. Können Sie mir sagen, wo ich bin? Ha. Du weißt nicht, wo du bist. Ah. Das ist die alte Nick... Oder Old Nickel Street. Rookery. Keine Ahnung. Es gibt keinen dunkleren und verwesenden Ort überhaupt jemals. Wie auch immer. Oh. Wie bin ich jetzt nach London gekommen? Und wie bin ich... Irgendwie konnte ich in diesem Slumber laufen. Ja. Okay. Was kostest du? Ja. Schau mal zur Tür. Der ist zu. Okay. Da können wir auch nicht ran. Okay. Der hat uns gesehen und ist abgehauen. Ja. Da ist Wasser. Mmm. Yum, yum, yum. Schlammiges... Rotzelwasser. Aber besser als gar nichts. Es stinkt unglaublich, aber... Yum, yum. Besser? Wahrscheinlich kotzen wir jetzt gleich irgendwo hin. Flop. Tod. Game over. Auch. Okay. Es ist Nacht. Die Zikaden in der Ferne. Ich höre sie noch gar nicht. Oh nein. Ich bin ohnmächtig geworden. Und ich muss ohnächtig geworden sein. Es ist gefährlich in der Old Nickel. Nachts zu sein. Ich sollte mir hier... Okay. Aber es geht wieder. Ich habe kein Problem mehr mit Durst. Das Ekelwasser hätte mich zwar beinahe umgebracht, aber... Okay. Bestimmt ist jetzt der Wagen weg. Oh warte. Da. Da sehen wir bestimmt wieder runter. Vielleicht. Yay. Aus dem Kanalisation stinkts. Gott sei Dank. Bärmlich. Da liegt... Nein. Der eine Ziegelstein sieht so aus, als läge dein Messer oder irgendwas. Das kann anders sein. Ähm. Im Pixel-Horror-Game. Ah ja. Die Penner sind nachts nicht da. Selbst die Penner sind hier nachts nicht, weil es zu gefährlich ist. Okay. Das ist ein gemein gefährliches Gebiet. Warum gehen Sie dann tagsüber dahin? Naja, weil tagsüber... Wo bin ich denn hier gelandet? Keine Ahnung. Vielleicht was abfällt. Regen. In so einem Gebiet fällt nie was ab. Herr Dr. Wakefield ist hier. Um Sie zu sehen, mein Herr. Ach du Scheiße. Geleiten Sie ihn herein, Herz. Interessant. Die Spanier und ihre Vorstellungen von Deutschen. Nicht mehr. Es geht um ihren Patienten, nicht wahr? Es gibt keine Spur von ihm. Und er hat für die letzten paar Sitzungen... ist die letzten paar Sitzungen nicht aufgetaucht. Ich bin's in seinem Haus gewesen natürlich, aber seine Vermieterin hat mir versichert, dass er vor ein paar Wochen auf eine Reise gegangen ist und nicht zurückgekommen ist. Und das Ziel hat er für sich behalten. Es passiert, wie ich befürchtet habe. Was meinen Sie? Ich bin... Es tut mir leid, mein lieber Freund. Aber... Als Sie mir das zuerst erzählt haben, über Ihre Sitzung mit Herrn David, dachte ich... Ich... Ich würde... Äh... Okay, wollte ich Sie nicht aufregen, weil ich dachte, das wäre das Beste. Aber... Ich befürchte, dass meine... Vermutungen... True sein könnten. Wahr sein könnten. Ja. Richtig. Es gibt eine Sache, die ich zuerst verifizieren muss. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich Sie kontaktiere, sobald ich etwas Wichtiges erfahren habe. Bitte, Herr Doktor. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass Sie niemandem von dieser Sache erzählen. Sie haben meine Diskretion. Was ist denn das für ein Arzt? Der hat eine Schweigepflicht. Ja, wie auch immer. Oh, das war das Info. Jetzt geht's los. Warum? Nach einer Viertelstunde. Fast. Wir haben auch viel rumgeblödelt. Nicht so viel. Doch. Das habe ich absichtlich nicht gemacht, damit ich im nächsten Part mit dem Spiel anfangen kann. Ich fühle mich, als wäre ich die Straßen für Stunden gegangen. Ich muss bestimmt... Ich muss doch irgendwann hier rauskommen. Aus diesem Labyrinth. Ja, also. Du bist dran. Ein Licht. Zugenageltes Fenster. Dreckig. Ein bisschen Licht von der Straßenlaterne. Eine Tür. Oh. Jetzt werden wir umgebracht. Spiel ist... Ja! Da ist das frische Pferdefleisch her, ha? Ja, ist nicht ganz so frisch. Oh, schnapp dir... Oh, oh. So ein Rätsel. Ich habe es geschafft. Wow. Du Lacker. Aber gut, dass du es gemacht hast. Okay. Eine leerte Ginflasche. Nimm sie. Ja. Okay. Aha. Ein Glas, was auch immer. Die ist leer. Mhm. Okay. Irgendeine Filtermaschine. Ist alt, aber es könnte noch funktionieren. Trotz... Ah ne, es wurde erst vor kurzem benutzt. Okay. Was haben wir denn hier im Hintergrund? Nichts. Irgendwas Verrostetes, altes, was leer ist. Oh. Okay. Okay, das ist das selbe. Ja, also wir können hier irgendwas filtern. Schön, wir können was destillieren in einer Desti... Yeah. Ein Pferd. Ja. Hängt am Haken und... Jam, 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 jam. Blut läuft drunter und zickert in die Bodendielen. Hm. Da kriegt man richtig Hunger. Hm. Schon? Ich habe Hunger. Lass uns Essen machen. Ja. Horst... äh, Pferdeflecher. Hey! Ja, da ist ja... mein Freund. Hey! Bleib stehen, du Sau. Hey! Folge ihm. Und jetzt... nein, es ist nicht verschlossen. Ich folge ihm und es einfach. Eine Kirche. Es ist sehr dunklig wahr, es nicht hineinzugehen. Okay. Na gut. Wo wir wohl hier landen? Nee. Nebel. Da will er wahrscheinlich auch nicht durchlaufen, ha? Also es geht zu Nebel nicht hier. Und eine geht durch... Oh, cool. Wasser. Oh, ist das cool. Man muss anhand der Geräusche... Oh. Wir haben uns im Nebel verirrt. Und ja... Okay. Wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, uns da zu orientieren. Okay. Und wir müssen eine Lampe finden oder irgendwas. Äh... Ups. Ich will mich jetzt erstmal umschauen. Das ist ziemlich weitläufig, oder? Ne, doch nicht. Ah, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Okay. Also hier geht's zum Pferdefleisch. Zum Pferdefleisch. Und dann gibt's da die... Okay, was haben wir hier? Eine alte rostige Öllampe. Steht in der Ecke. Schnapp sie dir. Oh. Es gibt niemanden. Nimm's, wenn du willst. Aber ohne Öl wird's dir nicht viel nutzen. Na, schnappen wir's uns. Sprich doch nochmal mit der wunderbaren farbenfrohene... Zigeunerin. Garantiert ne Zigeunerin. Siehst du's mit? Dann hast du sie die Krähen suchen für die... Oder suchen nach den... Stöhnen der Schwachen und Sterbenden. Sie rufen sich. Sie müssen etwas gefunden haben. Ich suche, ich folge irgendjemanden. Er muss hier durchgekommen sein. Also weiter. Und wie sieht er aus? Oder... Groß, gut, äh... Angezogen. Rothaarig. Rothaarig. Und leider im kalten Blick. Ah, da kommen wir mit dem, wenn ich sprechen. Jeder hat... Schlafend oder wach hat ihn schon mal gesehen. Interessant. Auch... Und... Könntest du mir helfen? Ja... Ich hab' mich verirrt. Hopp! Hilf mir! Ja... Verlorener. Ich kann dir... Eine Richtung weisen. Uh... Sie ist mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Hat sie zwei Augen. Ja... Ja... Und ein drittes. Unterm Ohrläppchen. So ein ganz kleines. Das ist voll nützlich. Mhm. Ich will auch immer sehen... Tief in deine Vergangenheit sehen. Und... Die... Das... War... Keine Ahnung. Ich kann dir in Zukunft sagen. Den Teppich. Und... Den Teppich. Soll ich meine Augen schließen, damit deine geöffnet werden können? Ja. Das könnte lustig sein. Aber ich kann dir nichts zahlen. Oh, cool. Ist tatsächlich ne Zigeunerin anscheinend. Yay! Der Walker. Gut, wir gehen auf eine große Reise. Aber der Weg ist von dir schon mal gegangen worden. Okay. Yay! Du gehst in deinen eigenen Fußspuren in einem Kreis aus Feuer. Interessant. Weiter. Die Maske. Leere Augen. Starren dich an und eine... Ein stimmloser Mund ruft nach dir. Die Lippen sind verworren und... Wegen was es gesehen hat und was es noch sehen wird. Du denkst es ist das Gesicht deines Fremden. Aber es ist dein eigenes. Huuu. 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 Der sterbende Stern. Sieht aus wie ein Fisch. Star. Äh... Star ist... Stör. Ach, der sterbende Stör. Oder so. Auch möglich. Würde besser zum Bild passen. Hast deinen Führer verloren. Du folgst dem Fluss, aber weißt nicht wohin er fließt. Ja, du denkst du bist entkommen, aber... Eigentlich kommst du nur näher und näher. Okay. Das war's natürlich. Hey, ich darfst du nur drei ausmachen? Ja. Was bedeutet das alles? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Äh... Die Fäden deines Schicksals sind zu dicht gewogen, Kind. Aber... Äh... Du wirst es noch. Du kannst es irgendwie... Ach, keine Ahnung. Ich darf es nicht... Es ist nicht an mir zu sagen, aber an dir ist zu entdecken. Äh... Okay, dass wir im Nebel nur das sehen, was am nächsten zu uns ist. Der Vogel bleibt in der Ferne. Wenn du wünschst zu gehen, musst du den Weg des Vogels gehen. Mehr... Kann ich dir nicht sagen. Okay. Wie komme ich hier weg? Es gibt keinen Weg aus dem Nebel. Wir bleiben hier bis die Sterne sterben. Okay. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Okay. Okay. Okay, du wirst eine Karte brauchen, um deinen Weg zu leiten. Okay. Vielleicht, äh... Müssen wir hier quasi mit Sound-Hinweisen arbeiten im Nebel. Der Weg des Vogels. Also wenn wir es irgendwie in der Richtung Krähen hören. Können wir ja gleich mal gucken. Äh... Wuhh... Yeah. Mit irgendwas schmierig-öligen wurde da Ratner an die Wand geschrieben. Frage ist, ob es eine Warnung ist oder eine Ausruf... Keine Ahnung. Versuch's mit der Öllampe das ölige. Okay. Yay. Ich denke wir müssen das Öl filtern. Achso. Ja. Ah. Okay. Macht Sinn. Schau mal da die Tür links und dann ist da noch ein Zettel über dem Kanalisationsdingens. Okay. Äh... Er kann von der Seite nicht geöffnet werden. Ist verschlossen. Das ist Musik. Ja. Okay. Du kannst dein blödes Königreich behalten. Du kannst deine Dornen verkrusteten Juwelen behalten. Bleib wo du bist und starre in meine Augen. Ich bin der Schatten eines Schatten und ich werde nicht enttäuschen. Interessant. Was ist hier denn noch? Ah, Müll. Okay. Leckeres Essen. Zeitungspapier. Okay. Distillieren wir. War das hier? Nein, das war der Weg zum Nebel. Ah. Ich hab mich verirrt. Ja, da ist die Kirche. Oh. Alles neblig. Bis auf einen Finger, also einen Handabdruck auf der Scheibe. Oh Gott. Okay. Dann muss das hier gewesen sein. Genau. Ah, das ist eigentlich gar nicht so groß wie man am Anfang denkt. Okay. Dass du dieses Rätsel einfach so aus Intuition mal schnell gelöst hast. Ich bin gut. Ich glaub das war auch die minimale Anzahl an Zügen. So wie sich das angefühlt hat. Ja. Yay, das Öl ist auf der Oberfläche. Ja, Wasser lassen wir unten rausfließen. Und jetzt können wir das Öl in unsere Lampe füllen. Yay. Öllampe. Yay. Hoffentlich wird es die Nacht über reichen. Natürlich können wir die auch entzünden ohne irgendwas. Wer weiß. Gut. Gut, was wir mit der Lampe dann anstellen, zeigen wir euch beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat. Lasst uns doch ein Like. Kommentar. Oder, oder? Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja. Bis... Wenn wir Last Door spielen. Bis dahin. Tschüss. Wir haben zwar jetzt ein Schwert, das Chili con carnage macht. Das Chili con carnage... Ah, ich hab keinen Rückspulen. Fuck. Das macht diese Passagen um einiges. Das... Ich...